In der heutigen News-Folge geht es um. Circuit Pool Rekar wird verkauft, Laurence Stroll kauft Anteile von Aston Martin, wie geht es nach dem Brexit weiter? In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Anfang Dezember 2019 noch ein Gerücht, jetzt ist es offiziell. Laurence Stroll übernimmt mit seinem Investoren-Konsortium einen Anteil von 16,7% an Aston Martin. Dafür bezahlten sie 182 Millionen Pfund bzw. 238 Millionen Euro. Das wurde Freitagmorgen bestätigt und bei der Londoner Börse eingereicht. 2021 wird aus Racing Point das Aston Martin Werksteam. Das bedeutet auch, dass das Sponsoring zwischen Red Bull Racing und Aston Martin Ende 2020 vorbei ist. Die Partnerschaft geht nur außerhalb der Formel 1 weiter, bis das Supersportwagen Projekt Valkyrie fertig ist. Die ersten Modelle werden Ende 2020 ausgeliefert. Der chinesische Autohersteller Geely wollte sich ebenfalls die Aston Martin Anteile sichern, schaffte es aber nicht. Ab nächstem Jahr wird es einen 5-jährigen Sponsorendeal geben. Die neue Bezugsrechts-Emission gibt dem Hersteller eine Finanzspritze von satten 318 Millionen Pfund bzw. 262 Millionen Euro, falls der Konzern in finanziellen Schwierigkeiten gerät. Der Name Racing Point wird ab nächstem Jahr wie vergangene Teams wie Jordan, Midland oder auch Spiker von der Starterliste verschwinden. Stroll wird bei Aston Martin den Vorstandsvorsitz übernehmen und möchte die Beteiligung auf 20% erhöhen. Aber auch abseits der Formel 1 haben sie Pläne. Sie möchten zum Beispiel auch mehr Modelle auf den Markt bringen. Aston Martin, Geschäftsführer Andy Palmer, hat nach der Übernahme durch Stroll hohe Ziele, mindestens das Podium zu erreichen. Stroll selber möchte sogar Rennsiege sehen. Slavica Ecclestone, Ex-Frau von Bernie Ecclestone und Besitzerin der Rennstrecke, möchte laut Journalistengerüchten den Kurs verkaufen. CEO Stefan Kler hat bestätigt, dass Angebote auf dem Tisch liegen, aber es keine Verkaufsabsicht gibt. Slavikas Ziel sei es, den Kurs nicht zu verkaufen. Die Frage ist jetzt, was stimmt denn nun? Die Strecke wurde 1970 eingeweiht und 1999 wurde sie von Bernie Ecclestone für umgerechnet 20 Millionen Euro gekauft. Zum Kaufpreis zählen aber auch zwei Hotels und ein Flughafen. Bevor die Formel 1 2018 nach Le Casselli zurückkehrte, gab es dort auf der Teststrecke nur wenige Renovierungsarbeiten, um einen Grand Prix ausrichten zu lassen. Die Umbauarbeiten und die Rückkehr in die Queen-Kategorie haben den Wert der Strecke massiv gesteigert. Erforderlich seien ernsthafte Vorschläge. Der erste Sektor soll wegen der Show neu gestaltet werden, denn 2019 war bei vielen der Frankreich-Gruppree der langweiligste in der jüngsten Vergangenheit. Gestern ist Großbritannien offiziell aus der EU ausgetreten, aber welche Konsequenzen hat das eigentlich für die Formel 1? Ich habe mal Vorteile und Nachteile herausgesucht. Die drei Nachteile wären ein geregeltes Arbeitsvisum für ausländische Teammitglieder in Großbritannien, die einen Vertrag mit britischen Teams haben. Jeder Lkw, der von der Fabrik auf der Insel zu einem Grand Prix fährt, muss zur EU-Inspektion zum Zoll, was zu Verzögerungen und Problemen führen könnte. Die englische Währung könnte um 15% abgewertet werden. Die Mitarbeiter eines englischen Teams könnten andere Angebote mit Zahlungen in Euro analysieren, was zu unerwarteten Verlusten führen könnte. Der einzige Vorteil wäre, dass die Teams bei der Budget-Obergrenze, die nächstes Jahr kommt, Gewinn erzielen, da sie mehr Pfund als sie 175 Millionen Euro ausgeben können. Kommen wir zu Mikes Meinung. Freut mich für Stroll und Ersten Martin, dass es zu einem Deal gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass es mit dem Team auch bald nach oben gehen wird. Zum Brexit kann man nur sagen, dass der ja nur Nachteile mit sich bringt. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich selten mit dem Thema befasst. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Geronimo Heniak. Er schreibt, Ferrari hat so viel Geld und die kriegen es nicht gebacken, seit 2010 ein vernünftiges Auto hinzubekommen. Das ist der Wahnsinn. Könnte mir mal wer erklären, was die da in Italien machen? Erst immer zu langsam auf den Geraden, jetzt ist der Speed top und Aero komplett verhauen. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber kriegen die nichts gebacken? Ferrari bekommt natürlich etwas gebacken, wie zum Beispiel Pole Positions oder Rennsiege, aber man muss auch die Strategieabteilung kritisieren, da diese oftmals Fehler macht. Aber auch die Fahrer sind manchmal nicht ganz fehlerfrei. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.